...Hit-Hit-Tender Conchita isst jetzt Wurst. Schaut nicht anders aus, sondern klingt auch anders. Er macht jetzt nämlich Elektropop-Sound und das hat er uns gezeigt im Treffpunkt Österreich bei Benni Hartnagel. Wir kennen Tom, wir kennen Conchita, aber wer ist Wurst? Wer ist denn Wurst? Das ist eine sehr große Frage für diese späte Stunde. Ich bin einfach ich. Und das liebe ich. Kann man irgendwie sagen, Conchita ist sie, Wurst ist er und Wurst ist ein bisschen mehr Tom? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man es so betrachten möchte, ist das Projekt Wurst wahrscheinlich maskuliner und näher dran an meiner Privatperson, weil die Conchita die redet ja nicht im Dialekt. Die sagt immer nur schöne Sachen und gescheite Sachen und ich rede so dahin. So wie der Schnabel gewachsen ist. Genau. Truth over Magnitude. Tom. T-O-M. So heißt dieses neue Album, das seit letzten Freitag, seit wenigen Tagen draußen ist. Das Album ist entspannend, aber gibt da ziemlich Gas. Ich finde auch Happy Sound mache ich keinen. Auf das bin ich ja draufgekommen gestern, wie man mein Album gehört hat. Aber tanzbar? Es ist absolut tanzbar. Es ist absolut tanzbar. Und tanzen macht er auch happy, also so gesehen? Unbedingt. Und ich finde, zu einem dramatischen Song zu tanzen hat er schon auch wirklich was für sich. Aber ja, ich bin jetzt wieder einmal draufgekommen. Happy Sound mache ich wirklich keinen. Weil die Stimmung war am Nullpunkt. Nein. Nein. Natürlich nicht. Große Empfehlung. Truth over Magnitude. Tom, das neue Album von Wurst im Treffpunkt Österreich. Live geht das so. Auf geht's. Musik Ö3 dabei, das Ö3 Online Music Magazine.